Bester YouTuber, Dankeschön. Ich muss mir jetzt erstmal ein Schwert holen, weil ich in die Mitte muss. Ihr seht mich gleich wirklich in der Mitte, Leute. Heftig, wa? Er hat einen Bogen. Easy win, Alter. Basiert. Oh, nee. Oh, überlebt. Ey. Überlebt. Mach auf. Oh, nee. Du hast einen Bogen. Ey, okay, okay, okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich hau ab. Ist in Ordnung. Ich hab keine Blöcke mehr. Fuck. Oh, rein drauf. Rekt. 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 Ich hab Stärke drin. Ja, komm, Alter. Ich geh auf. Boah, ein Headset. Mach die ganze Zeit. Boah, geht mir das auf den Sack. So, Leute. Ihr seht jetzt zum ersten Mal. Dali Gaming mit einem Jump. Oh, wie leck der denn? Was ist das mit dem Internet? Gerecht, Digger. Gerecht. Okay, das passiert hier zu viel. Ihr könnt euch betteln. Los, komm runter. Betteln, ihr. Betteln. Ohne, ohne Tricks. So nada. Junge. Komm runter. Dann geb ich dir nichts. Hör mal dein Leben. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Leute, jetzt kommt einfach der Boss in den Gaming. Leute, pass auf. Du bist mal sogar verpisst. Den. Stier. Du bist wenn mit dem Bogen. Dali Team. Dali. Drauf. Junge, was ist mit dem? Er hackt. Stierb. Fuck. Stierb. 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 Ich seh nichts. Ich seh nichts. Zeit, um sich schnell was zu gönnen. Ja. Dann folgt damit! Jawoll! Scheiße, mit dem Bow kann ich einfach nicht mehr umgehen. Fuck, ich hab zwei Herzen. Ich hab, ähm, gefollowed. So muss das sein, Digga! Ohne follow geht da gar nichts! Ah, ich hätte lieber Goldapfel essen sollen. Das war, glaub ich, ein Fehler. Ich bin bereit, ja. Du hattest sogar drei, ja, ich hab's gesehen. Nein, so low equip. Also, ich werd schon immer besser und so in Minecraft so, was PvP uns überlangt. Aber ich vergesse einfach mal drei Goldapfel zu essen. Oh mein Gott, ist der Dandy. Das ist so übersichtbar. Ey, nein! Nein! Du bist jetzt nicht hingerichtet! Danke für den Goldapfel. Bitte, ich flehe dich an. Ich, ich kaufe die Abonnenten an. Ja. Halt dein Maul. Ich kaufe die Abonnenten. Nice. Ja. Ciao! Servus, Leute! Peace out! Bärr! Digga, du hattest ein Steinschwert. Ja! Hey, was hattest du denn? Ein Holzschwert. Äh, nicht. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn auch ganz viele Herzen. Ich hab ihn drei Herzen durchgebracht. Er hat einfach ein Steinschwert und kämpft nicht. Er haut lieber ab und ich hatte nur ein Holzschwert. Schau mal deine Krippe an und meins. Ja, und? Kann man doch trotzdem versuchen. Nein! Digga, er stellt... Ja, ja, ja. Easy. Alter. Der Horst ist so geistig gelehnt. Er stellt sich in mich rein, dann kann ich ihn schlagen. Auch geil. Luka, können wir wieder nach Sky checken. Jetzt hat er erst Balli hier oben, oder? Ja. Nein! Wieso? Was für ein Kombo, Mann! Wuhu! Ja, okay. Wenn nein schon, mein Freundchen. Äh, alle noch voll. Wir können schon machen Videos heute auf diese Art hier. Digga, er kommt mit dir quer. Ja. Ja, Digga. Ja, okay. Ich tue es rein. Easy. Nein, wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht, nein. Hab ich gewonnen? Jawoll! Easy, Leute! Easy! Ciao!